Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um Paola Maria und auch Alexander Koslowski, kurz Sascha Koslowski. Und beide waren ja zusammen das YouTube Traumpaar, hatten zwei Kinder und es kam ja jetzt auch in diesem Jahr zur Trennung. Und für viele war das sehr überraschend, weil nach außen wirkte das eigentlich ziemlich harmonisch und manche dachten auch, wow, die sind zusammen ausgewandert und toll. Und dass die beiden sich da gefunden haben, sie ist ja auch sehr erfolgreich durch ihn dann geworden, der das wohl auch sehr forciert hat. Dazu auch in dem Podcast gleich noch mehr, denn ich gehe auch natürlich auf die 18 Minuten Inhalt des Videos ein. Und nur, dass ihr kurz ein Bild von ihm habt, hier, ihr kennt ihn, denke ich, von YouTube zusammen mit Dimitri und die Außenseiter als Kombo sind sie sehr bekannt geworden. Haben auch sehr viele andere Größen mit groß gemacht, beziehungsweise waren dann auch zusammen auf Gangtour. Dagi Bee, Liont, Melina, Sophie und Co. Alle haben zusammen Videos gemacht, sind in dieser Hype-Phase von 2012 bis 2015 sehr schnell groß geworden. Und gerade die Außenseiter waren ewig am Start. Und als ich so angefangen habe, auch YouTube zu gucken, waren die auch vorne mit dabei, so wenn man Videos geguckt hat, dass die einem auch auf Facebook und Co. vorgeschlagen wurden. Und so ihre Prime-Phase, wie man zu Neudeutsch sagt, hatten. Und um ihn ist es dann so ein bisschen ruhiger mit den Jahren geworden. Paola hat dagegen auf Instagram eine große Karriere hingelegt, hat sehr viele Voller, über 5 Millionen. Das wusste ich eigentlich, bevor ich jetzt die letzten Videos über die beiden gemacht habe, gar nicht, dass sie da so groß war oder ist. Aber nun gut. Vorneweg möchte ich sagen, dass das Video ziemlich viele Dislikes hat. Also es gibt ja so ein Add-on für, ja, ich habe das jetzt hier bei Google Chrome auf dem Browser und das hat fast 30.000 Dislikes. Ist auf Platz 2 in den YouTube-Trends 500, ja, knapp 70.000 Aufrufe und 34.000 Likes. Also es hält sich die Waage, das deutet eigentlich darauf hin, dass viele die Paola nicht sonderlich authentisch finden, beziehungsweise nicht, ja, leiden können, ja, und eher zu Sascha halten. Warum das Ganze jetzt so sein könnte, versuche ich jetzt hier auch in dem Video so ein bisschen zu erklären. Und ich versuche ganz fair zu bleiben. Also erstmal vorneweg finde ich, dass eigentlich, wenn ich mich jetzt mal so reinversetze, der jetzt auch ein kleinerer YouTuber ist, das wäre so mein Albtraum-Szenario, was ich mir so im schlimmsten Fall ausmalen könnte, dass ich jetzt mit einer Frau zwei Kinder habe und irgendwann sie sich genötigt fühlt, ja, abgesehen davon, dass ich jetzt meine Privatsphäre sehr schütze und nicht nach außen zeigen würde, großartig. Das haben die beiden natürlich vollkommen anders gemacht. Wäre das so mein Albtraum-Szenario einmal, weil das halt der Beziehung meist nicht gerecht wird, so ein Statement-Video und oftmals, leider Gottes, dann ja auch die Kinder am Nachhinein sehen können und so das Internet vergisst nicht. Ja, das Video wird es jetzt immer geben, es wird immer dann auch vielleicht Kinder geben, die es dann ihren Kindern zeigen werden, ja, die Mama hat doch mal was gesagt und der Papa hat doch mal was gesagt und seht mal her, die ganze Welt kann auch noch Jahre später die Trennung live mitverfolgen. Und das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man in der Öffentlichkeit steht, die ich persönlich natürlich als Berichterstatter spannend finde, ja, wie ihr auch als Zuschauer, aber wo ich immer sagen würde, oh Gott, das wäre ein echter Albtraum, ja, stell dir mal vor, du bist in so einer Beziehung dann und trennst dich und dann musst du noch die ganze Welt erfahren, wie es dazu gekommen ist und anscheinend fühlte sie sich jetzt auch so ein bisschen schon fast genötigt, auch was zu sagen, ich kann es auch verstehen, denn Sascha hat auch hier und da mal einen Spruch in einem Podcast zum Beispiel rausgehauen. Ich hatte auf dem DaVinci-Kanal bereits darüber berichtet, da könnt ihr gerne mal auch vorbeischauen, da habe ich zwei Videos gemacht und da tat mir auch der Sascha so ein bisschen leid, muss ich fast sagen, denn es wirkte wirklich so, als hätte sie sich einfach getrennt, so relativ grundlos, er meinte auch wortlaut, so ungefähr zumindest, da habe ich es im Kopf. Sie hatte wenige Gründe zu gehen, aber tausende Gründe zu bleiben und das ist irgendwie bei mir so hängen geblieben. Dann stand sie natürlich so als schon fast Betrügerin da und Co., weil sie auch relativ zeitnah nach der Trennung schon wieder einen neuen Freund hatte. Sascha dagegen trifft sich jetzt auch nach neuesten Leaks der Bilder, die jetzt so rumkursieren, hat er auch anscheinend schon wieder jemanden, den er datet zumindest. Sie ist ja schon in einer Beziehung, sie hatte im März aber auch gesagt, das sagt sie auch im Video, dass sie eigentlich keinen Bock mehr auf Männer erstmal hat und erstmal zu sich selbst finden muss und dann hatte sie halt relativ schnell schon wieder einen neuen Partner. Für Sascha war das wohl auch ein ziemlicher Schlag ins Gesicht und für sie hat sich das dann aber richtig angefühlt und man kann sich ja nicht aussuchen, wann man sich verliebt und wann nicht und es ist passiert und sie ist auch sehr glücklich darüber und sehr zufrieden mit ihrem neuen Partner. Das hat sie auch nochmal in dem Video eingebaut. Also genug Ecken und Kanten sind auf jeden Fall in dem Video drin, wo man sagen könnte, okay, sie hat auch auf jeden Fall so ein paar Spitzen drin. Und dann fragt man sich, warum kommen die Spitzen und da sind in diesen 18 Minuten noch einige bei, wo ich sage, wow, ja, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Zum einen war sie wohl sehr, sehr unglücklich. Es gab schon immer irgendwie Probleme. Sie hatte auch so ein Baby-Blues. Ja, das bedeutet im Endeffekt, dass man vielleicht mit dem Muttersein erstmal so klarkommen muss, überfordert ist. Manche können auch mit dem Kind erst gar keine Bindung aufbauen so schnell. Das dauert dann ein bisschen, ja, und dann hinterfragen sich natürlich die Mütter, weil es natürlich vom Gefühl ganz anders sein müsste. Und das ist dann halt natürlich sehr schwierig auch für den Partner. Aber da muss der Partner natürlich der Frau zur Seite stehen und sagen, komm, wir schaffen das zusammen. Vielleicht sollten wir zusammen noch eine, ja, eine kleine Therapie machen. Einfach reden drüber, ja, und dann die Dinge zusammen bewältigen. Er war wohl auch zum Teil so ein bisschen unempathisch, auch als sie gesagt hat, sie fühlt sich da einfach in Dubai nicht wohl und ist nicht glücklich. Dann ging es ja noch nach Madeira oder war ja so ein Hin und Her. Sie fühlte sich da wohl nicht so wahrgenommen und dann kam es ja auch zur Trennung. Also muss man sagen, okay. Sie hat wohl auch immer gesagt, ja, wenn sie nach Deutschland gereist ist, dann hat sie auch immer sich darum gesorgt oder darum gekümmert, dass sich jemand um die Kinder kümmert. Ich finde, da hat dann, wenn das so sein sollte, wirklich Sascha versagt, ja. Da sollte man doch als Mann auch mal fürs Kind oder für die Kinder in dem Fall auch ein paar Tage sorgen können, ohne dass man jetzt noch eine Person XY braucht, ja. Auch wenn man selbst beschäftigt ist, sollte man sich dann für die Frau, wenn die jetzt wirklich auf Reisen ist und da anscheinend auch gut im Geschäft ist, vielleicht auch mal ein paar Tage zurücknehmen. Es hieß dann zwar auch so, dass er da vielleicht auch nicht so wirklich in der Rolle dann aufgegangen ist, aber ich finde, wenn man Vater ist, sollte man sich den Kindern zu Liebe auch mal nicht so wichtig nehmen und auch mal zurücknehmen können, genauso auch als Frau. Da stehen eigentlich die Kinder an erster Stelle, zumindest sollte das so sein. Und ja, sie ist mittlerweile in Deutschland, fühlt sich da auch sehr wohl, ist mit der Mutter auch, hat sie da auch noch mal dankend erwähnt und hat auch gesagt, dass Sascha Probleme hatte. Also Probleme hatte sich im Nachhinein jetzt in den letzten Monaten, ja, auch um die Kinder zu kümmern, und hat erst mal seine Zeit gebraucht nach der Trennung, eine Auszeit, wollte die Kinder auch nicht so wirklich sehen, hat sich auch nicht mit ihr großartig unterhalten, außer über die Kinder die letzten Wochen. Und das kritisiert sie auch vollkommen zu Recht. Ich finde, das steht ihr auch zu, zu sagen, okay, du bist Papa von den Kindern und die wollen dich auch sehen, die haben eine Bindung zu dir. Und nur weil du jetzt vielleicht jetzt mit der Trennung nicht zufrieden bist oder nicht damit umgehen kannst, dass ich jetzt vielleicht schon jemand Neues gefunden habe, musst du dich selbst in dem Moment, auch wenn es hart ist, zurücknehmen für die Kinder. Und die Kinder stehen an erster Stelle und um die muss ich gekümmert werden. Und da ist der Vater genauso gefragt wie die Mutter. Und da finde ich, in dem Punkt ist sie auf jeden Fall, ja, auf der rechten Seite. Daher verstehe ich jetzt nicht komplett die schlechten Resonanzen auf dem Video, muss ich sagen. Also ich hätte ja auch schon gesagt, okay, also in den Kommentaren liest man schon auch sehr viel wohlwollende Leute. Ja, so hier zum Beispiel, oh, Sammy Slimani darf natürlich auch nicht fehlen. Hier schreibt zum Beispiel eine Userin, Eine Frau, ein Mensch ist nicht etwas, was man sich schleifen kann, dass es zu einem passt, so wahre Worte und starke Worte. Und da spricht jetzt zum Beispiel Leila auch was an, was zum Beispiel Paula auch in dem Video angesprochen hat, dass Sascha sich gezielt wohl eine junge Verkäuferin, wie sie selber sagt, besucht hat, die dann anscheinend am Anfang auch nicht gut genug war. Er meinte immer, er macht sie groß und sie muss Erfolg haben. Und mittlerweile rudert er ja zurück, er will keine mehr aus dem Business haben, wird man ja sehen in Zukunft. Sie wurde mehr oder weniger wohl in diese Rolle von ihm gedrängt, ja, und sie hat das dann wohl auch dann einfach angenommen. Und es fühlt sich jetzt fast so an, wie sie es erzählt, als wäre sie jetzt so ein bisschen am Hadern, ob das jetzt so der richtige Weg für sie war. Andererseits ist sie aber auch ihm dankbar immer gewesen, hat auch immer gesagt, er war dafür verantwortlich, dass ich überhaupt so groß geworden bin. Und das war ja auch so, sie war ja plötzlich da und dann ging ja das wirklich sehr, sehr schnell. Und das war genau die Phase, wo auch so der Content, den sie da gemacht hat, mit den Vlogs und Beauty sehr gut ankam, ja. Und sie ist ja auch keine unattraktive Frau und dann mit einem richtigem Push zu dem Zeitpunkt ist man relativ schnell auf die Millionenmarke auch immer gekommen bei den Abos. Und das hat sie aber auch nie verneint, dass das jetzt nicht anders war. Dennoch hörte man da auf jeden Fall raus, dass er sie in so einem, ja, fast in so eine Schablone hat stecken wollen. Und sie spricht da auch, ja, die nächste müsste auch wieder so ein Rohdiamant sein, die er sich zurechtformen kann. Und als sie da nicht mehr mitmachen wollte quasi, dass es dann irgendwie mehr zu Problemen kam, zumindest war das jetzt für mich so rauszuhören als Quintessenz. Ihr könnt mich aber auch gerne unten noch verbessern oder eure Ideen reinbringen. Wie gesagt, das sind doch viele Dinge, die Gedanken, die ich hier einfach mit euch teile zu dem Video. Dann geht es hier auch weiter, den, hier fand ich das auch ganz, ganz gut. Ich sage nur die armen Kinder und mal wieder ein Applaus an die Gesellschaft, die sich direkt ein Urteil bildet, ohne beide Seiten einer Geschichte zu kennen. Muss man auch sagen, das ist sehr häufig so, dass wenn sich jetzt irgendwie XY trennt, dass es dann oftmals Leute gibt, die dann irgendwie ihren Senf dazu dichten müssen oder, ja, auf TikTok irgendwelche Sachen erzählen, wo ich auch sage, meine Güte, ey. Das geht ja schon Richtung, wirklich, Rufmord oder Rufschädigung. Und dann geht es hier weiter. Das Weitere ist, dass Saschas Ego nicht nur widerlich, sondern auch egoistisch, also die haben hier zum Teil auch sehr harte Worte hier in den Top-Comments, seine Kinder abzuweisen, obwohl sie ihn brauchen, einfach krank. Paola musste alles tun und machen, um standzuhalten und ihre Kinder waren ihre Nummer eins. Du hast alles richtig gemacht, jeder verdient, es glücklich zu werden oder glücklich zu sein. Dann schreibt die Isabel, mein Gott, Sascha, verfluche deine Ex, ignoriere ihre Nachrichten, läß da über ihre Neuen oder mach sonst was vor Schmerz, aber reiß dich zusammen, wenn deine Kinder mit ihrem Vater reden wollen. So sehe ich das nämlich auch, also da werde ich auch gleich nochmal erzählen, was da jetzt nochmal geschrieben wird oder zu gesagt wird im Video. Dafür gibt es keine Entschuldigung von wegen Schmerz und erstmal klarkommen müssen, das Gefühl vom Vater nicht gewollt zu werden, wird sonst ihre frühe Kindheit bestimmen und das lässt sich nicht mehr ändern. Ja, definitiv ein ganz wichtiger Satz. Dagi Bee und hier die ganzen Beauty-Queens und die Leute, die auch früher mit ihr zusammengearbeitet haben und dann auch groß wurden. Ja, Mrs. Bella, dann Dagi Bee, du hast alles richtig gemacht. Ja, gerade auch eine, die auch mit Sascha, ja, cool immer war. Da kann man schon einiges rauslesen. Sagen wir mal so, liebe Leute, wenn die da unter so einem Video kommentieren und sagen, ja, du hast alles richtig gemacht, dann ist das schon ziemlich heavy. Aber man sieht, die Zuschauer sind geteilter Meinung. Das kann auch daran liegen, dass sie vielleicht jetzt schon irgendwie so ein bisschen fast gecancelt war oder gecancelt ist oder einfach nicht so super sympathisch wirkt oder diese ganze Muffe, die Öffentlichkeit als schwierig gesehen wird. Aber ich finde halt auch den Punkt, den sie halt im Video anspricht, dass er sich, obwohl die Kinder ihn sehen wollten und sie dann auch gesagt hat, Mensch, die Kinder wollen mal mit dir sprechen, die fragen nach dir. Und er dann gesagt hat, er kann das jetzt gerade nicht. Er muss mit seinen Gefühlen klarkommen. Also da muss man halt, wie gesagt, das habe ich aber auch in dem Video schon untergebracht, dann mal klarkommen für sich selbst und Mann sein und Vater und die Liebe zu den Kindern ist dann einfach wichtiger. Also ich kann es verstehen, wenn man dann vielleicht fremd, das ist jetzt nur ein Beispiel jetzt, man hat eine Frau und die geht dann fremd und man will mit der Frau nichts mehr zu tun haben. Da muss man sich trotzdem irgendwie, auch wenn man sich dann scheiden lässt und sagt, okay, die Frau ist für mich unten durch, einen Weg finden, dass man mit den Kindern dann klarkommt. Das ist dann vielleicht in dem Moment wirklich nicht so einfach. Aber ich denke, da können die Kinder am Ende ja nichts für, dass die Eltern sich nicht miteinander verstehen oder irgendjemand da nicht so vielleicht Blödsinn gebaut hat in der Ehe. Das darf man dann an den Kindern nicht auslassen. Das machen aber sehr viele, da scheitern viele dran. Ist in dem Moment, da sind wir ja auch alle Mensch, vielleicht auch verständlich, dass man vielleicht mal enttäuscht ist oder traurig, aber ich würde mich an seiner Stelle jetzt schon auch so ein bisschen schämen, zumindest wenn das jetzt stimmt. Man wird sehen, ob er jetzt auch noch mal in ein, zwei Tagen vielleicht auch noch mal eine Antwort raushaut. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal ein Video auf dem DaVinci-Kanal zu dem ganzen Thema machen. Finde ich persönlich recht spannend. Und ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das so empfunden habt, das ganze Video. Man merkt, sie ist auch so ein bisschen immer leicht so am Weinen oder am Tränen wegdrücken dort in dem Video. Ihr geht das auf jeden Fall sehr nah oder ist ihr sehr nah gegangen. Ich verstehe immer nicht so ganz. Für mich hörte sich jetzt so der Anfang echt an danach, dass er irgendwie ihr anscheinend nicht das geben konnte, was sie in dem Moment gebraucht hat und anscheinend irgendwie in dem Moment, als sie wirklich Hilfe gebraucht hat, nicht erkannt hat, dass das wirklich, was die Stunde geschlagen hatte. Also ja, da hätte man vielleicht wirklich sagen können, okay, wenn es jetzt hier überhaupt nicht gefällt in Dubai, dann müssen wir hier weg und dann verstehe ich halt auch nicht, warum er dann irgendwie mit ihr dann nicht gesagt hat, komm, wir reden mal ordentlich drüber und wenn es hier wirklich nicht gut geht, dir nicht gefällt. Sie meinte auch in dem Video, dass sie dann halt immer mal in Dubai immer so getan hat, als wenn alles in Ordnung sei, aber dann halt heimlich auf der Toilette oder unter der Dusche geweint hat. Und ich finde, da sollte man halt wirklich mit dem Partner sprechen. Ich weiß nicht, wie die dort miteinander kommuniziert haben. Das weiß niemand von uns. Ich gehe davon aus, dass sie natürlich da auch mal miteinander gesprochen haben. Und ich finde, dann sollte man als Mann oder als Frau auch nicht so egoistisch sein, auch wenn es der Lebenstraum ist, jetzt in Dubai zu wohnen, warum auch immer, zu sagen, okay, in Deutschland war jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht und die Kinder und die Ehe und die Beziehung ist mir jetzt wichtiger als jetzt mein eigenes Ego. Das geht jetzt aber für beide Seiten. Und so würde ich agieren, dass immer an erster Stelle steht, dass man zusammen als Paar sich wohlfühlt und dass die Kinder es gut haben. Und ich denke auch, das ist für die Kinder eigentlich immer schöner, wenn die ja auch ihre Großeltern und vielleicht auch Tanten, Onkels regelmäßig sehen können. Und dann kann man ja trotzdem mit den Kindern reisen und denen die Welt zeigen und vielleicht auch mal für ein halbes Jahr woanders wohnen. Aber so auf Dauer finde ich das immer, wenn man dann schon Kinder hat, auch immer ein bisschen schwierig. Ja, das kann auch toll enden, aber es kann auch für Kinder traumatisch sein, wenn sie dann die Familie oder die so aus dem Leben rausgerissen werden. Ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig. Das ist aber auch jedem selbst überlassen von euch, wenn ihr Kinder habt. Und dann geht ihr von Ortschaft zu Ortschaft oder von Stadt zu Stadt und dauernd wird umgezogen. Also mal kann das immer vorkommen und kann ja auch mal der richtige Schritt sein. Aber ich finde es immer ein bisschen schade dann für die Kinder, wenn die auch so ein gewisses Alter haben, wenn die dann so oft umziehen müssen. Ich hatte da zum Beispiel Kumpels, die sind fünf, sechs Mal in ihrem Leben umgezogen und mussten immer wieder sich neu einfinden und fühlten sich dann irgendwie bis ins hohe Alter, sind so in meinem Alter, gut hohe Alter ist jetzt übertrieben, also im fortgeschrittenen Alter jetzt über 30 immer noch nicht angekommen und nirgends richtig heimisch, weil die da irgendwie so ein kleines Traumata davon getragen haben aus der Kindheit. Und das ist dann halt immer nicht so schön, wenn man da so ein Trauma hat oder mehrere Traumata, dass das dann halt so endet. Aber nun gut, gehen wir vielleicht noch mal in die Kommentare so als Abschluss des Videos. Vielleicht gibt es hier noch etwas Spannendes. Hier ist noch einer der Top-Comments, immer 2600 Likes. Sascha, wenn du das liest, komm zu deinen Kids nach Deutschland. Ich weiß, es tut gerade alles weh. Du musst dich jetzt aber zusammenreißen und den Kontakt suchen. Die Jungs sind sehr klein. Wenn du diesen Moment verpasst, werden die beiden einen anderen Mann Papa nennen und das wird richtig wehtun. Und das ist ein toller Satz. Like ich hier auch. Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich denke, die beiden sollten sich da einfach zusammenraffen. Beide haben jetzt anscheinend neue Partner, sind anscheinend wieder so liebestechnisch glücklich. Dann sollte man auch weit genug sein, um sich dann wieder in die Augen zu gucken und zu sagen, okay, wir haben uns immerhin auch ein paar Jahre lang geliebt. Es war nicht alles schlecht. Und wir haben die Kinder miteinander. Die verbinden uns ein Leben lang. Und dafür sollten wir jetzt auch gerade stehen und vernünftig miteinander halbwegs umgehen. Und zumindest die Kinder das nicht spüren lassen, dass wir uns vielleicht dann doch nicht so mögen. Was ja vielleicht auch menschlich ist nach einer Trennung. Gerade wenn eine Seite das vielleicht gar nicht wollte. Das soll es dann, wie gesagt, heute gewesen sein. Auf Platz 2 der Trends nach wie vor. Paola, Maria, ihr könnt eure Magelmonten reinschreiben. Ich habe das jetzt wirklich versucht, zur Sache wie möglich, alle Seiten aufzuzeigen. Wie gesagt, als Fazit grundsätzlich finde ich es immer so mal schade, wenn man sowas in die Öffentlichkeit zieht. Und bin da kein großer Fan von. Aber als Berichterstatter ist das natürlich der absolute Segen, wenn sowas passiert. Von daher dachte ich, ein kleiner Podcast wäre der richtige Weg, Weg damit umzugehen. Und vielleicht mache ich noch ein größeres Video auf Da Vinci zu den ganzen Kommentaren unter dem Video. Finde ich nämlich immer ganz spannend, was die Leute da so geschrieben haben. Bis dann und ciao, ciao.